Hallo und herzlich willkommen bei Nankazato. Wir spielen ja weiter mit LL. Dabei habe ich Zero, der im Jungle spielt. Der leider nicht reden will, weil ich habe keine Ahnung. Er fühlt sich zu cool. Ah, ich habe Lampenfieber, ich kann nicht reden. Ah, das ist K, wow! Okay, 100.000 Goals von deinem Abi. Okay, das kann ich ein bisschen warten. Hä, bist du 100.000 Goals? Was? Was? Ja, 100 K, mehr als 1.000. Ach so, da steht's. Okay. GG wirklich. Das ganze Game steht in der Base. Ich habe das Geld gleich. Ich fange mir auf einmal erst bei 1,30 an. Das hier ist hier geheimes Footage, was wir nur bei RELATI 74 kriegen. Was? Das ist, äh, ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen zugehört, was du gesagt hast. Okay. Was? Ich helfe dir dabei nicht. Tschüss. Entweder Krolem oder nicht. 3, 2, 1, nicht von an. Mir noch egal. Let's play League of Legends. 2015. Seid fröhlich. 2015. 2015. 2015. Äh. Ich habe 27 bin ich gar nicht spielen für's. Aha, ich habe 45. Aha. Ich habe Unfehl. Ja. Hey, Nami bewegt sich doch. Ey, ich wollte nur 100.000 Gold haben. Habe ich mich auch gefragt. Ciao. Fröhlich Hildild, yes. Hey, sie ist mein Support. Lass mein Support in Ruhe. Der Support sollte auch weggehen. Der leecht mir Erfahrung. Was macht sie hier? Ey, Frauenkopf. Ey, holen. Okay. Ich bin voll gehalten. Oh nein, die haben blitzt. Ich mag keinen Blitz. Außer ich spiele Blitz. Ich weiß gar nicht mehr, wie LOL geht. Wie geht dieses Spiel? Wo bin ich? Was ist LOL? Äh. Was wollen wir euch in diesem Let's Play beibringen? Wow, ich habe daneben gezielt. Ich bin so... Geil. Nein. Nein, nicht so nah. Nicht so nah. Das ist böse. Oh, Snacka. Nein. Haha, daneben gegräbt. Idiot. Mich kratsch nicht am kratschen. Ich sehe dich. Warum siehst du mich? Ich meine, Blitz. Dich will ich gar nicht sehen. Das ist jetzt die Situation. Ähm. Ihr könnt es nicht wissen, aber im Chat freut die Akali, dass ich ganz viel ganker. Jetzt gucke ich mal auf die Lanes. Okay. Er ist ja weit gepusht. Ja, alle haben weit gepusht. Äh, Akali ist auch dumm. Wir werden also verlieren. Weil Akali hat Free Farm. Die sollte... Ja. Und da sieht man zum Beispiel schon einen Fehler, den viele Spieler machen. Wenn du Free Farm hast, dann greifst du den verkackten Turret an und machst hier nicht einen auf Fairness. Weil ich verstehe das sowieso nicht. Aber wenn du Free Farm hast, dann denken sie sich, ah, ich farme in Ruhe, anstatt den Tower zu machen. Äh, weniger Tower, als dass ich durch die scheiß Mitlane laufen kann. Nee, krapiere ich nicht gerade. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, die Lane zu pushen. Er will grappen. Pusche die. Pusche die. Pusche die einfach. Ja, weiss ich. Wenn du weit gepusht hast, kannst du deinen Raum. Ja, zum Beispiel wenn der erste Tower weg ist, besonders in der Midlane, das macht das für den Jungler einfach, weil ich dann da durchgehen kann. Muss ich nicht immer hinten oben bei uns. Ohhhh. Zu viel Anstrengung für dich? Zu viel Sport? Nein. Bloß, dass ich dann mit der abgepassten Minion Wave einfach... Wieso mehr HFK? Ja. Ja, ich habe erst in der Midlane HFK und währenddessen habe ich das auch noch nicht gesehen. Was mich zu der Vermutung bringt, dass ich wahrscheinlich auch Buffs klauen darf. Ich farme scheiße. Reportet mich bitte. Na Leute, schreibt mir dieses Video Report. Gut das. Ich habe glaube ich schon 10 Minions verloren. Ja. Oh, da war der Elfte. Schlecht. Kamera ist auf der Akazate 74. Oh mein Gott, der Akazate 74 hat gebrochen. Ja, das sieht scheiß aus. 2 Afka, also Jungler und Midlane HFK nicht da. Das bedeutet, dass ihr am besten mal euren Power pusht, damit die wir gleich weit ragging machen können. Aber es dauert noch ein bisschen Zeit. Ich sage dir dann Bescheid. Weißt du, wo ich voll alleine aufnehme? Gibt es da 2 Flamer und jetzt gibt es 2 Afka von den Gegnerschen. Ja, da seht ihr Leute. Wenn ihr mit einer Akazate 74 spielt. Das ist alles scheiße. Boop 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 boop. Ah, meine Ohren. Hör auf zu. Was macht ihr da? Was macht nach mir überhaupt da? Die hat gewartet. Achso. Weil sie denen nicht vertraut und... Ja, die sind nicht Afka. Die sind nicht Afka. Wiederhole. Ich habe es gerade gecheckt, weil der Rapper ist weg. Das heißt, der Jungler hat was gemacht. Was ist jetzt? Dann die wie viel Sporn. Was wiederum bedeutet, sie laufen die ganze Zeit durch den Jungle zu zweit. Wahrscheinlich. Der Jungler ist ja da, aber... Ich bin eher für meine Theorie. Ähm... Was soll ich als erstes holen? Äh... 2... Infinity Edge. Infinity Edge. Nicht Bloodhörster? Naja, Infinity Edge. Ich bin kein... ...ADC. Infinity Edge ist nochmal eine gute Sache. Vor allem, weil... ...die ja mit ihrer Gatlinger einen relativ guten Attack Speed hat. Dann kriegst du auch ganz viel... Ähm... ...damage raus. Mit Crits. Weil ich würde jetzt gegen eine Lane, die so viel Mobilität hat. Weil... Du kannst dich gegen Blizzcrank nicht hochreilen, wenn er dich... ...ungrappt. Ja, und Knock Up macht. Verstehe ich. Weil da hast du einfach keine Zeit, dich hochzuhallen. Deswegen würde ich mal... AHHHHH! 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 Ich würde schon einmal sagen, so... Ah, Knock Up, du hast was cooles gemacht. AHHHHH! Dann kam dieser männliche Schrei, so... AHHHHH! 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 Weischt, Blizzcrank war nur noch einen Hits... ...um zu töten. Ich flash rein, mach einen Attack... ...und dann bekomme ich dieses Launchspiel... ...und renne noch weit in den Tomb rein. AHHHHH! 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 ACHE! AHHHHH! ACHE! Eigentlich wollte ich nicht so grüli sein, aber als... ...Nami sein Bubble getroffen. Das hast du rausgekriegt, das hat gekriegt, glaubt so. ... aber als Nami sein Bubble getroffen hat, bin ich einfach reingegangen... ach so nebenbei so ein kleiner tipp für so die dann aber wir machen ja auch hier irgendwo ein bisschen was von einem guide oder einfach nur dass wir auch ein bisschen was von seinem skill lernen können man kann sich auch immer schön die schildkröte mitnehmen wenn ihr das jahr alten maus gebaut haben weil die zählt als einzelnes camp da ist jemand der busch was ich muss da jemand der busch das war irgendwas feindliches im busch was kann das gewesen sein man da habe ich mein ding geschossen so ich dachte worauf zielst du aufziehen akali braucht kein bluboff jetzt wieso keinen gegen nach bord empfehlt ich glaube die botte nicht jetzt auf gar gleich kommt einfach der nächste explodiert das ist ja deine schlägerunde alles dank mir ich bin nicht über die wand zu bringen gut ich habe meine funge gewirfen das ist frei die sind in meinem dschungel warte warte lauf lauf angriff 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 ich komme von hinten blitz auf blitz was tödter mehr lauf speed rein salon könntest oder die getroffen nicht los mit jens hört sich wo sie hat getroffen weil wir keine das ich sagen wollte wenn ihr das lange item ausgebaut hat macht die kappe das gibt extra geld ja ungefähr zehn oder 15 was oder 20 also cdm hat extra camp und immer schön grunts meiten gibt mir der mit dem gift das ist sozusagen ich blue ich habe blumen geworden und wenn ihr beispiel haltet immer nach eurem auto das ist ein reset ok chef mehr damit somit ist nami geben wenn sie sich nimmt der namen ist die die uns eigentlichheit und mehr mana verschwinden aber so die pro games von mir jetzt ist jetzt mal wieder stirbst Oh, das sah schön aus. Wie viel Damage macht er? Mehr. Das war ein sehr schöner JinSao, hier muss ich mal sagen. Da muss ich den... Das war gut. Weil ich bin hingedasht und da hat in den Dash hat er mich weggehalten. Lustig. Jetzt kaufe ich mir überhaupt mal Items. Der Trainer Match steht einfach doof rum. Ich glaube, der war... Der hat Legs. Nee, ich glaube, der Troll. Ja, kann auch sein. Und erst habe ich mit meinen Ulti getötet. They keep on trollin' the Hain. Und Yassu ist auch wieder da, oh mein Gott. Jetzt verlieren wir das Match noch, weil ich Feeder. Wieso bin ich einmal gestorben? Wo bin ich nochmal gestorben? Ich habe vergesst. Wirst du es auch jetzt gehen können und den Inhibit annehmen können. Nee. Wenn nicht das erweint. Ich will doch, dass er leidet. Aber ich hätte gerade... Bei mir hat man einfach einen Fehler gesehen. Ich habe gegen Jinsau gekämpft und ich hatte nur mein Jungle-Item. Was du fragst, ist jetzt dem? Ein so fast noch. Wie soll ich das Real jetzt so fast? Er hat zwei Schuhe. Wieso viele? Wieso troll ich kann einfach alles? Ich... I'm fast. Ich kann ich auch fast. Ah. Danke, wir müssen Sonic-Musik in dieses Video einbauen. Hele, komm, fast. Er hat gerade den Schuhe genommen, die am meisten Geschwindigkeit gegeben. Ja. Wollen wir die auch so gut hacken? Ich kann mich nochmal bei meinen ersten Legend of Legends spielen erinnern. Einer war Israel und einer war Herr Karin. Bei Heckern habe ich sechsmal Schuhe gekauft. Soll ich mal jetzt was ganz cooles machen? Du trollst. Soll ich lieber unterhalben? Das geht irgendwie zu schnell zu Ende. Es ist ja mal 14 Minuten. Ja gut, die trollen ja auch hart. Normalerweise hätte ich das jetzt so... Also mit dem Leben hätte ich das bei dem Yasuo wirklich so drive gemacht, im Normalfall. Oh nein, der ist so schnell, wir können ihn nicht aufhalten. Hat er doppelt Homeguards? Nein. Äh, no. Ich häng fest. Ich häng... Ich häng... Ich hab festgehangen. Hast du mich gesehen? Ich hab so... Ich war zu greedy. Nein. Greedy! Wie ist das? Ich hab mich gerade... Hier in diesem Teil, was in der Base steht, diese eine Stein mit der Ranke... Ja. Da hab ich festgeglitscht. Ich kann mich nicht mehr bewegen, die Medians haben mich eingekreizt und so, ja. Oh nein. Hab ich das gesehen. Wir so flashen alle für mich. Ich hoffe. Ich hab nicht mal Schuhe, wie will ich denn kommen. Gibt's noch ein Item, der richtig viel Damage gibt? Gefressige Hydra. Du bist... Nein. Da. Hydra... Hydra nicht... Du bist Fernkämpfer, du kannst die Hydra nicht benutzen. Ich kann's mir doch egal. Ich darf ja jetzt Outrollen, oder? Nein, wir haben noch nicht gewonnen. Aber der will den Outrollen nicht und der kämpft. Der kann Schaden machen. Ich hab zwar jetzt... Ich werde mal Schuhe kaufen, wenn ich ihn kommen kann. Ohne Schuhe kannst du nicht entkommen? Nein, nicht, wenn der Dinsau auf einmal anfängt zu teleportieren. Dass die einfach gerade so ein paar Meter weiter in den Ward rein teleportiert. So, ja. We invade, lol. We invade, invade, kram. Lol, ich krieg Geld, wenn ich den KV auch töte. Obwohl ich nicht das Jungle Item hab. Ja, allgemein gibt er ja Geld, weil er ja ganz normal ist. Ähm. Jungle Item, äh, Monsters. Soll ich dich beenden? Machst du? Soll ich dich beenden? So, nein. Also doch ganz, aber... Siehst du, glaube ich, nicht hin alleine. Ich werde eher getötet hier jetzt. Ja, dann mach das doch nicht. Genau wegen solcher Sachen. Weil wir haben... Wenn du jetzt stirbst, haben die genauso viele Kills wie wir. Nebenbei. Oh, ich kann zaubern. Wir haben die nicht gepunischt dafür, dass sie so schlecht waren am Anfang. Können auch Dragon machen und das dann schneller machen. Näääh. Dragon ist viel besser. Es ist klar, dass sie jetzt wieder fünf Leute sind und immer noch gewinnen. Wieso fünf? Es sind fünf Leute immer noch. Sind wir alle wieder da. Ja, aber die Trollen... Wow, mein Kill wurde gesteilt. Äh. Killsteil, äh. LoL, Vayne war weg. Äh, Vayne war weg, weil er disconnectet hatte sieben Monate. LoL, wir haben Vayne? Legende von Toplane, Vayne. Eins. Ich hol mir Blue. Bis weg. Das sagst du, hä? Ja. They keep on hatin. They keep on smidin. Schau mal wie ich stile. Report, GG. Kaufe mir gleich sechs Paar Schuhe. Soll ich mal fies sein? Vielleicht einfach so weg, okay. Was? Ah. Wollte gerade sagen, wieso kann sie zweimal wegspringen. Ach so, ja. Ich habe hier einen Ghostblade. Haha, ich spiele mit Ghostblade. Sie haben gewonnen. Noch nicht, noch nicht. Ah ja doch, wir haben einen zweiten Dragon. Wir machen mehr Schaden. Ich will ihn töten. Ich werde hochgenockt. Ich werde geulti'd. Nami. Nami machte die Laser. Wo bist du? Ich lasse mich selbst töten. Wieso? Geht's funny? Auf der Tronata. Ähm, report, GG. Surrender-Vote. Das sah gerade interessant aus. Azrael macht eine Ulti und Vayne hängt ihn weg. Also hat er ruhig komplett verfehlt. Oh. Oh, 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 armes Schuftruf. Oh. Oh. Yo, no. Es trifft niemanden. doch ja so hat er nur sein schild zerstört aber hat minions gekriegt ja hey ich habe mir baron baron ist weg nein baron ist noch nicht gespricht ach so der spaunders gleich spaunders wird sonst gewinnen ich hatte irgendwie 8 im kopf nein lass mal baron machen zu zweit Level 10 Die werden verlieren Ja, die werden jetzt auch Barron ziehen, weißt du? Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal Okay, A4-Vermission Nö Nami, Tinkus Nami 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 Ich glaube, sie wollten Barron machen, denken sie wirklich OP Barron Barron too strong with a nerf Rito, please, nerf Barron Ulti kam von erst durch Barron kriegt sogar ein nerf, deswegen Das Beste steht Da kommt noch ein Ulti von Elsa durch Das ist ein Legendary Barron-Steel Weiß ich jetzt, komm, wir verlieren das sowieso noch am Ende Der Nake einfach wieder feedet Hey, es macht Spaß, ich will sie eine Chance geben Nein, Leuer ist kein soziales Spiel, hier gibt es keine Chancen Hier wird einfach jeder Hier wird einfach bestraft, weißt du? Ja, weiß nicht, das beim letzten Game von mir habe ich noch gesehen, aber dennoch 3-Hard 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 spielen Wer ist denn von denen gefeedet, außer Sing? Niemand Also Blitzcrank Und der S hat jetzt 3 Schuhe Oh mein Gott Ne, ich hab Angst Schuhe Ich hab Angst, dass wir ihn hier gar nicht mehr kriegen Das ist zu schnell Du musst schnell gehen Was? Wie viel Spiel hat er denn? 427 Ich, ich nehm erst wieder Ah, Ulti Hey Was? Dafür krieg ich nicht meinen Ulti ab Ah, Ulti Kann wir das spenden? Okay, schade Wir haben gewonnen Nein Ich kann dich nicht smiten, wieso kann ich das nicht? Ich sag's, Kilo, rock auf bis zum nächsten Mal, danke, sehr, 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 sehr Danke, sehr, sehr, sehr Wir sind uns das so schnell Und von mir auch Tschüss bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020